Wir Briten sind stolz darauf, die unhöflichsten und unfreundlichsten Menschen der Welt zu sein. Empfangsamer Carol Beer arbeitet in diesem Krankenhaus in Pennsylvania. Hallo. Das ist meine Tochter. Sie ist ein großes, tapferes Mädchen und sie soll heute operiert werden. Name? Sag der netten Dame deinen Namen. Daniel. Daniel was? Daniel Lloyd. Alter. Schon fast sechs. Also fünf. Ja. Na dann sag doch auch fünf. Adresse? Wo wohnst du? Bei Mami und Daddy. 1772 Lincoln Road. Na geht doch. Kippe nur kurz die Daten ein. Daniel werden heute die Mandeln rausgenommen. Hier steht aber was von zwei neuen Hüftgelenken. Oh nein, da muss ein Irrtum vorliegen. Computer sagt nein. Na dann muss es sich wohl um eine andere Daniel Lloyd handeln. Computer sagt nein. Es gibt nur eine Daniel Lloyd im System. Willst du nun deine Hüftgelenkstransplantation oder nicht? Nein, natürlich will sie die nicht. Aber vielleicht irgendwann in der Zukunft? Hören Sie, wir waren bei Dr. Phillips und sie hat definitiv für heute einen Termin, um sich die Mandeln rausnehmen zu lassen. Computer sagt nein. Könnten Sie nicht mal jemanden fragen? Könnte ich, aber... Oh, haben Sie vielen Dank. Sie waren eine große Hilfe. Oh, hätten Sie wohl noch einen Moment Zeit, um unseren Service-Fragebogen auszufüllen? Würden Sie sagen, ich war A. sehr hilfreich? Oder B. ausgesprochen hilfreich? Oder C. verschissen hilfreich? Oder B. ausgesprochen? dip 갇BLE